South Park, Snow Day hat den offiziellen Starttermin für März 2024 bekannt gegeben. Der Trailer, veröffentlicht von Entwickler South Park Digital Studios und Publisher THQ Nordic, präsentiert Gameplay-Ausschnitte und die Veröffentlichung am 26. März 2024. Im Fokus steht der New Kit, der zusammen mit Stan, Kyle, Kenny und Cartman gegen das Chaos einer Schneekatastrophe kämpft. Anders als bisher bietet das Spiel eine neue 3D-Erfahrung. Interessenten können zwischen drei Editionen wählen, Standard, 30 Dollar, Digital Deluxe, 50 Dollar, mit zusätzlichen Inhalten, und Limited Collectors, 220 Dollar, mit exklusiven Gegenständen wie einer Grand Vizard-Kartmann-Schneekugel, einem sprechenden Toilettenpapierhalter und weiteren Extras. Verfügbar für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series Xs und PC, markiert Snow Day eine stilistische Veränderung für die Franchise. Die Vorbestellungen für die Editionen sind bereits möglich, und nach dem letzten Auftritt des New Kit in South Park von Destroyer 2017 können Fans gespannt auf das neue 3D-Abenteuer im Jahr 2024 blicken.